Ich bin so ein perfektes Teil in diesem Klo. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Herzlich willkommen zu einer bekanntesten Map, die es so ziemlich gibt. Und zwar zu einer Dropper-Map. Wir lesen das Ganze nicht durch, Leute. Ich wollte aber vorher noch was Kleines ansprechen. Und zwar, Leute, wenn dieses Video online kommt, also übrigens, ich habe diesen... Ich kann mal das hier machen. Ich hoffe, das geht. Nee, okay. Dann muss ich mir ganz viel was zu essen holen. Und ich habe vor einigen Tagen, hoffentlich auf Lurks erklärt, ein neues Video hochgeladen. Das heißt, das könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Da geht es um Thema Programmieren und Tutorials und so weiter. Also den Kanal könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken, wenn euch sowas interessiert. Und Leute, Instagram, da ist jetzt letztens das Gewinnspiel aufgelöst worden, glaube ich. Hoffe ich zumindestens. Wie gesagt, ich nehme das hier, wird gerade dieses Video erst vorproduziert. Deswegen habe ich auch noch den Kaki-Skin drin. Ich würde sagen, wir starten aber direkt. Genau, wir setzen hier mal Night. Achso, Command-Breakers sind wahrscheinlich aus. Ich hoffe, das hat kein Problem. Und wir sollen uns hier draufstellen und den Button pushen. Okay. Okay, okay, Leute. Jetzt geht es direkt los. Okay, das erste Level. Hier von einer... Und da haben wir... Oh, ein Diamant. Oh, hier gibt es wo Diamanten, die wir einsammeln müssen. Noch irgendwo ein Diamant? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Leute. Ich wollte heute ein bisschen mit euch talken und einfach diese Map hier mal auschecken. Ich habe das Ganze... Also diese Map haben schon unzählige YouTuber. Oh, es müssen Comment-Blocks an sein. Sekunde, Leute. So, jetzt können wir das... Oh, jetzt funktioniert das Ganze auch. Okay, dann können wir hier mal den Ender-Dings reintun. Und... Checkpoint. Genau, hier geht es im zweiten Level. So, perfekt. Dann gucken wir uns das mal an. Oh, das ist auf jeden Fall jetzt auch hoffentlich schaffbar. Oh, da müssen wir hin. Ja. Egal. Nochmal. Also, ich wollte heute mit euch ein bisschen über ein Thema quatschen. Und zwar, Leute, wollte ich euch einmal fragen, was so eure Lieblingsformate sind, die ihr so guckt auf YouTube. Beziehungsweise, was würdet ihr gerne einfach mal von mir auch noch sehen. Und jetzt kam... Ah, jetzt hier rein. Ich war doch schon quasi drin. Ich glaube, Leute, ich werde heute wirklich noch hier ausrasten. Okay, und jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ganz entspannt. Okay, hier haben wir jetzt scheinbar die Truhe verpasst oder so. Oder vielleicht kommt die noch. Aber naja. Ja, ihr könnt auf jeden Fall auch mal in der Infobox jetzt gleich hier oben irgendwo abstimmen, was ihr denn gerne sehen wolltet. Ja, jetzt kann ich halt leider keinen reintun. Set Day auf jeden Fall mal. Und jetzt. Level... Ah, Level 3. Okay. Cool. Okay. Oh, Leute, das ist so eine Map da... Boah, Alter. Da muss ich mal kurz meine Grafik einstellen und die Sichtwerte ein bisschen höher drehen. So 27 oder sowas. Dafür mache ich erstmal ein Screenshot, Alter. Jetzt kommt und wir springen einmal runter und machen dabei einen Screenshot. Okay, und jetzt hier einmal ein Screenshot und... Leute, das war ja absolut so easy für mich. Und hier war irgendwo eine Truhe. So. Das ist ja die typische Dropper-Map, Leute. Die kennt ihr ja auch. Ähm, achso, es geht unten weiter. Da. Okay, lassen wir uns mal auch erstmal draufkommen, dass es da weitergeht. Und ja, mich würde das auf jeden Fall mal interessieren, weil ich gerne mit euch auf jeden Fall auch mehr zusammen machen würde und halt auch gerne eure Formate bringe. Und, ähm, oh Gott, wo geht's denn hin? Hä? Ah, da, 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 da. Ah, die Autos sind Wasser. Okay. Gut, okay, das erkennt einiges. So, einmal respawn. Zumindest ist es auch im Moment halt auch schwierig, Hacker-Bahn-Videos zu machen, weil, ähm, auf meinen Sucht geht's halt im Moment nicht so viel ab von Hackern her. Ja, also Leute, ich weiß, dass jetzt wieder viele kommen werden und in die Kommentare schreiben, äh, aber in der und der Runde waren so und so viele Hacker. Leute, ich hab's heute selber ausprobiert. Ähm, es kamen sehr, sehr wenige Reports rein. Es gibt natürlich noch Hacker auf meinen Sucht. Und das habe ich auch noch nie bestritten. Aber, ähm, ja. Oh Gott. Oh, lol. Okay, man muss da hinter rein. Okay. Ähm, das habe ich auch noch nie bestritten, dass es irgendwie keine Hacker geben will oder so. Aber, ähm, ja. Es gibt definitiv nicht so viele. Oh, okay. Also ich muss sagen, also einmal ist die Map mega cool. Also auch vom Aussehen und so. Aber, ähm, ja. Es ist eigentlich relativ einfach, oder? Was schätzt ihr das so ein hier? Die Map ist eigentlich gar nicht so schwierig. Muss man an der Stelle sagen. Einmal hier teleportieren. Und wir können, glaube ich... Oh, was steht denn hier? So, was ist denn das? 0, x, 0, x, 0, 0, 0. Was? Oh. Okay. Also irgendwelche sind... Ach, das zeigt an, welche geschlossen sind und so. Also hier links. 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 Da drunter. Rechts. Links. Rechts oben. Also links, links. Links unten und rechts oben. Links. Links, links. Okay, links oben. Links oben und rechts. Links oben und rechts. Das ist nicht möglich, so parallel zu gehen. Links oben. Links. Äh, da nicht. Links unten. Ah, da wären wir aber durchgekommen. Okay. Ups. Ah. Nein, da wäre es doch... Oh, ich wusste doch, beim letzten geht es nicht da durch. Sondern dann zur Seite bestimmt. Nein, da kommt noch einer. Oh mein Gott. Da hin. Ich raste, Alter. Ich raste hier aus. Ohne Witz. Alter. So. 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 Okay. Also so. 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 Oh mein Gott. Mit einem halben Herz. Jetzt bloß nicht irgendwo runterfallen. Oh mein Gott, Leute. Man hätte auch an der Seite, glaube ich, lang, oder? Hätte man an der Seite lang? Nee, das ist zu kurz. Ah ja, Leute. Okay, Alter. Wir haben es geschafft. Ohne Witz. Drei Jahre später. Okay, Level 8. So, Level 8. Okay, ins Klo, Leute. Das ist möglich. Das. Oh, das ist sehr easy. Oh, oh, ist das easy. Da sind einfach Boote drin. Also, wir müssen gucken, wo die Boote sind. Ja, hier. Perfekt. Alter, ihr kleinen Schlinge, Alter. Ihr klein. Hä? Ach, da geht's raus. Aus dem Klo erstmal gespielt. Boah, Alter, Leute. Ich passe ja perfekt ins Klo. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Guckt mich an. Mann, ich bin so ein perfektes Teil in diesem Klo. Und Leute, ich wollte noch eine kleine Sache sagen. Und zwar, wenn ihr Bock habt, dass ich eine Roomtour mal mache, also eine von meinem Gaming-Zimmer oder so. Das Ganze wird dann auf Floix Filmt hochgeladen. Könnt ihr auf jeden Fall mal jetzt auch oben abstimmen, auf was ihr denn Bock hättet an der Stelle. Ähm, also ja. Stimmt auf jeden Fall mal gerne ab. Und, äh, ich würde sagen, wir gehen hier ins nächste Level. Ah, lol. Äh, hä? 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 Irgendwas ist hier doch schiefgelaufen, oder? Okay, wir gehen einfach zu Level 10 jetzt, Leute. Ich weiß nicht, was da jetzt schiefgelaufen ist. Aber, äh, ja. Müssen wir wohl in der paar Level überspringen. Okay, das sieht schon mal ein bisschen schwieriger aus. Müssen genau hier rein. Okay. Oh mein Gott. First Try. Digga, wer bin ich denn? Alter. Wer, Leute? Komm, wir fassen uns nochmal alle in die Stirn. Wer? Ja, moin. Okay. Und jetzt machen wir das noch. Oh, hell. Das ist die Hölle, Leute. Die pure Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hä? Lol. Wieder First Try. Ich glaube, das kann ich gleich niemand mehr verkaufen, Alter. Was ist denn jetzt los, Leute? Ich bin die Dropper-Maschine. Würdet ihr das auch schaffen, so? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt hier, ähm, so. Okay. Äh, ging es da vorne rein? Ja, okay. Death. Okay. Jetzt gucken wir uns mal an. Okay, Leute. Hä, was ist denn jetzt schon wieder? Ist ja absolut viel zu easy. Leute, was geht denn hier ab? Alter, bin ich King? Oh, Schnelligkeit. Okay, erstmal trinken. Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch es an, Leute. Seht ihr das Skelett? Ist ja mega cool. Das müssen wir uns gar nicht mal von oben angucken. Leute. Das Monster-Skelett, der hat tot höchstpersönlich, Alter. Okay, was haben wir hier? Wait till the sequence is loaded. Optical. Lol. Lol, Leute. Warte, da müssen wir mal ganz kurz das auf 32 machen. Lol. Das sieht ja mega witzig aus. Guck mal. Das sieht so aus, als würde das Teil da drüber gehen, oder? Das andere geht da drunter, beziehungsweise sieht ein bisschen so aus, als wäre das eine Plattform. Ja, moin. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Wie hat der das denn gemacht? Hä, Läume zu treppen. Ja, moin. Okay, mega cool. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Und... Wipp. Set day. Okay, und dann sind wir jetzt hier bei der... The Bad Walk. Level 17. Hello. Ah. Eine Treppe. Ja, moin. Läuft auf jeden Fall. Look for the webs and... Nachtsig. Follow... Follow the pumpkins. Okay, wir holen uns auf jeden Fall mal hier ein paar Äpfel und so weiter. Follow the pumpkins. Steht da. Okay, follow the pumpkins, das sollten wir hinbekommen. Okay, da gehen wir auch noch zu den pumpkins. Und hier müssen wir wahrscheinlich hier hochklettern und da unten in die Spindelze rein. Leute, ich würde aber an der Stelle sagen, da das Video jetzt auch schon ein bisschen länger geht und ihr die Map ja auch selber mal zocken könnt, packe ich euch auf jeden Fall den Download-Link in die Beschreibung. Ich spiele das Ganze jetzt noch zu Ende und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt auf jeden Fall die Sachen, die ich mal gesagt habe, in die Kommentare rein. Stimmt noch hier oben ab, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen super, super schönen Tag. Und Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.